Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wettervoracht. Es gibt viele Grafiken, die den Klimawandel zeigen. Kurven zum Beispiel vom CO2-Anstieg oder auch vom Temperaturanstieg, die dann von blau Richtung rot gehen. Heute hat ein Mitarbeiter des Finnischen Meteorologischen Instituts einen Film veröffentlicht, der sehr beeindruckend ist. Dieser Film zeigt die Temperaturentwicklung seit 1880 bis zum letzten Jahr 2017 und zwar sämtlicher Länder dieser Erde. Jeder Kreis steht hier für eins von 191 Ländern. Deutschland zum Beispiel befindet sich hier. In den ersten Jahrzehnten gibt es immer mal blaue, orangene Kreise, aber ab etwa 1980 ist der Erwärmungstrend sehr deutlich zu sehen und zwar weltweit, bei allen Ländern der Erde. Und gerade jetzt kommen die 2000er Jahre, die roten Kreise werden immer größer und das wird noch eindrücklicher ab 2014 bis zum letzten Jahr 2017. Sie sehen auf einen Blick, es gibt keine Region mehr auf der Erde und zwar an Land, in der es nicht wärmer wird.